hallöchen wenn ihr wissen wollt was das ist und was was es damit auf sich hat dann schaut einfach mal meinem zweiten kanal rein den habe ich gerade erst frisch eröffnet link ist in der beschreibung und sowas wird da jetzt öfters kommen so was in der art also ich freue mich und zwar eins von boris ein bisschen platz machen ist gar nicht ist wie ich das aufmachen